Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Sie kennen das vielleicht, einmal im Monat entscheiden wir uns für einen aus unserer Sicht besonders herausragenden aktuellen deutschen Kinofilm, den wir Ihnen präsentieren wollen, wo wir versuchen, den Regisseur, die Regisseurin hier nach Frankfurt zu locken. In dem Fall ist es sogar noch mehr als das, nämlich sie ist hier und dazu ihre Hauptdarstellerin und der Produzent schon mal großen Applaus und das Team von Landrauschen. Toll, dass ihr da seid auf eurer Kinotour. Toll, dass auch Sie alle an einem solchen Sommerabend jetzt hierher gefunden haben, das spricht sehr für den Film und ich kann Ihnen schon mal jetzt verraten, es hat sich gelohnt. Und wie immer ist das natürlich eine Zusammenarbeit mit EPD-Filmen. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film und nach dem Hauptfilm gibt es dann eben ein einstündiges Werkstattgespräch, wo Sie natürlich auch Fragen stellen können, aber es lohnt sich also sehr bis zum Ende hier sitzen zu bleiben. Das Gespräch nachher wird Ulrich Sonnenschein führen. Ja, wie immer für alle, die jetzt das erste Mal da sind bei uns im Filmmuseum in dieser Reihe, es gibt keine Werbung vor dem Film, sondern einen, wie ich immer sage, von mir ausgewählten, thematisch passenden Vorfilm. Sie können mich normalerweise hinterher angreifen, wenn Sie meinen, das hat nicht gepasst. In dem Fall haben wir jetzt das Glück, dass der Regisseur aus Wiesbaden kommt und auch jetzt hier ist. Ein preisgekrönter Film, unter anderem mit dem Murnau-Kurzfilmpreis ausgezeichnet. Auch sein Musiker ist hier und ja, wir freuen uns sehr. Von Dejamu, Stefan Müller und Ralf Merten kommt zu uns nach vorne. Willkommen bei uns in Frankfurt. Ja, danke für die Einladung, ja. Ja, in Wiesbaden bist du Animationsfilmer. Jetzt habe ich gehört, du bist auch viel in Brasilien unterwegs. Was ist dein Job eigentlich jetzt im Moment? Der Film ist jetzt schon fünf Jahre her eigentlich. Genau, ja. Ich habe danach angefangen, habe den damals in Brasilien gezeigt und bin noch da länger geblieben und mache momentan halt eher wissenschaftliche Filme, weil ich es halt sehr interessant finde über das Nervensystem, über das Gehirn und so weiter. Also sehr spannend. Es ist halt gerade mal eine wissenschaftliche Phase, ja. Und dann auch gerade Hypnose. Also ich finde es sehr spannend und da gibt es noch einiges Interessante, was da kommt. Sehr schön. Du hast dich mit dem Thema Heimatfilm ja auch irgendwie auseinandergesetzt. Das ist ja jetzt heute so ein bisschen der rote Faden, den wir haben. Magst du ein bisschen kurz vorher noch, ohne zu spoilern, erzählen, wie du auf das Thema gekommen bist? Es ist ja ein Animationsfilm, was wir gleich sehen werden. Uff, das war irgendwie eine... Wir mussten einen Comic machen damals in der Fachhochschule und ich bin samstags morgens um acht Uhr geweckt worden, weil das Telefon geklingelt hat und als ich am Telefon war, hat der den wieder aufgelegt, ja. Und da kam irgendwie die Idee hoch. Also es war noch so der Rest von einem Traum vielleicht gewesen auch, ja. Und dann kamen irgendwie Kühe und so dazu. Genau, das war es. Ich bin auf dem Land groß geworden, da ist das alles ganz tief im Unterbewusstsein verankert, vermutlich. In Limburg dachte ich, ja. Ja genau, bei Limburg ist es auf dem Land, ja. Ja, schön. Und da war halt so die Idee, so ein bisschen die Saupreusen gegen die Bayern und so weiter, so die Gegenparts zu haben, ne. Und ja, der Ralf hat dazu die Musik gemacht, wir wollten auch ein bisschen was Authentisches haben und da haben wir auch mit dem Hackbrett eingespielt und so weiter. Also da haben wir uns da richtig Mühe gegeben oder Erb vor allen Dingen, ja. Ralf, erzähl mal, was hast du gemacht, um diesen Heimatsound, wir haben Hackbrett jetzt gerade gehört, so reinzubringen, wie wir es gleich hören werden? Ja, ich habe auch lang rum überlegt, weil der Film ist auch stilistisch, es sind sehr viele verschiedene Looks drin und ich dachte, was kann die Klammer sein, aber letztendlich, der Film ist einfach ein Heimatfilm und dann dachte ich, ja, Heimat, dann lasse ich mal auch den alten Schwaben raus, das Allgäu und bediene mich an meinem Instrumentarium, was bei uns unten üblich ist und es war einfach Hackbrett. Also ich habe noch ein altes Hackbrett, eine alte Zeta und ich habe mir noch von einer Musiklehrerin ein Akkordeon geliehen, und habe die Sachen dann zum Teil recht dilettantisch eingespielt, aber dann, ja, dann gab es auch noch ein paar Probleme, weil dann tatsächlich auch ein paar Musiken noch drin waren, die zum Beispiel auch mal extrem schnell sein mussten, also wo ich eine sehr virtuose Trompete gebraucht habe und da hat sich dann plötzlich herausgestellt, dass das dann Leute vom Ensemble Modern sein müssen, die wirklich technisch das als Einzige wirklich in dieser Geschwindigkeit hinkriegen. Also so eine Mischung aus Dilettantismus und höchster Virtuosität und aber die Klammer ist im Prinzip, es sollte heimatlich bleiben und wirklich heimatlich verbunden und handgemacht auf jeden Fall. Genau das schauen wir uns jetzt an. Der Vorfilm heißt Déjà-Mu, neun Minuten lang. Großen Applaus Stefan Müller und Ralf Merten. Danke, dass ihr auch da seid. Film ab! Jetzt ist es uns eine große Freude. Ich möchte Ihnen die drei Anwesenden des Hauptfilmes vorstellen. Dazu möchte ich zunächst sagen, Sie sind Gewinner oder große Abräumer des Max-Ophels-Preises dieses Jahr. Das ist der führende Nachwuchspreis, das führende Nachwuchsfestival, das es in Deutschland gibt und Sie haben eben nicht nur den Hauptpreis für den besten Spielfilm gewonnen, sondern auch noch für das beste Drehbuch und dann noch den Preis der ökumenischen Jury. Und jetzt sind Sie auf Kinotour. Bitte begrüßen Sie die Regisseurin Lisa Miller, die Hauptdarstellerin Kathi Wolf und den Produzenten Johannes Müller. Kommt zu uns nach vorne. Willkommen auch euch in Frankfurt. Ja, ihr seid jetzt gerade auf Kinotour, habt schon ein paar Festivals hinter euch. Erzähl mal Kathi, wie ist es gerade mit diesem Film jetzt so viel Publikum zu erleben, so viele verschiedene Städte in kurzer Zeit. Wie ist es? Fantastisch. Also wir dachten nach dem Max-Ophels-Preis, das kann irgendwie nichts mehr toppen und dann war klar, durch den Preis war das die Eintrittskarte zur Berlinale. Das war unfassbar. Also ich war selten, ich stehe eigentlich auf der Bühne und kenne Lampenfieber, aber ich hatte noch nie so einen schlimmen Tag wie die Berlinale. Ich dachte, ich würde es genießen, aber es war nicht so. Und jetzt bei der Kinotour merke ich, dass es auch manchmal wieder so aufblubbert, weil man, keine Ahnung, gestern waren wir in Hamburg, vorgestern in Berlin und da kommt auch wieder die Nervosität, weil man nicht weiß, wie nimmt das Publikum das auf und sind dann immer total dankbar, wie es dann bis jetzt gelaufen ist. Toi, 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 ich will jetzt noch nichts. Falls ihr das Programmheft gesehen habt, das ist übrigens sie. Nur mit ein bisschen anderen Haaren. Genau. Johannes, du bist der Produzent des Filmes und es ist natürlich eine besondere Herausforderung gewesen. Das kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen. Ihr habt einen Original-Schauplatz gedreht und mit den Einwohnern dieses Ortes. Magst du ein bisschen aus deinem Erfahrungshorizont schon mal erzählen, was da die Schwierigkeiten waren oder die Herausforderungen? Also ich selber bin zwei Kilometer von diesem Dorf aufgewachsen und ich war noch nie so intensiv in diesem Dorf. Und ich, also Lisa hat die meisten Drehorte schon während dem Schreiben im Kopf gehabt und wir haben dann auch mit den meisten Charakteren, die sie im Kopf gehabt, ihn drehen können. Das heißt, es waren wirkliche Personen, die sie schon vorher im Kopf gehabt hat, Laiendarsteller. Und darum gab es eben dieses Dorf. Und dass dieses Dorf immer mitgespielt hat, das war nicht immer ganz einfach. Beziehungsweise mussten wir halt über, was war das, von Februar bis November drehen und dass das Dorf immer wieder am Start ist. Sie waren schon irgendwann auch ein bisschen genervt. Und kanntet ihr euch schon vorher? Seid ihr alle aus der Gegend, Johannes? Ja, wir kennen uns seit der ersten Klasse. Wir waren alle in der ersten Klasse zusammen. So entstehen Filme. Wunderbar. Lisa, magst du uns noch vor dem Film was mit auf den Weg geben? Wir werden jetzt ja auch einen Heimatfilm sehen, wenn auch etwas anders, als wir es gerade eben gesehen haben. Gibt es etwas, was du dem Publikum vorweg noch sagen möchtest als Regisseurin? Nee, eigentlich nur, dass ihr das Rauschen genießen sollt. Das Landrauschen. Und genau, nachher seid ihr auch wieder da, hier vorne. Großen Applaus, schon mal toll, dass ihr hier seid und Ihnen viel Vergnügen mit Landrauschen. Dankeschön. Großen Applaus an das Team von Landrauschen. Die Regisseurin Lisa Miller und die Hauptdarstellerin Kathi Wolf, bitte nach vorne. Und Johannes, natürlich. Auch der Applaus ist für dich. Und Ulrich Sonnenschein wird das Gespräch führen. Nehmt Platz bei uns. Genau, wo ihr wollt. Take your seat. Irgendwas ist anders heute. Das Licht ist so grell. Schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass Sie noch da bleiben. Ich muss mal eben die Uhr raussuchen, damit ich hier nicht zu lange rede und Sie auch noch zu Wort kommen. anfangen möchte ich ganz anders, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, weil ich vorhin erfahren habe, dass ihr drei euch kennt, seit ihr in der ersten Klasse seid. Das finde ich faszinierend, dass drei Leute, die eingeschult werden zusammen in einem bayerisch-schwäbischen Dorf oder vielleicht auch in Neu-Ulm. Wie viele Jahre später, 15, 20 Jahre später Filme machen? Wie kam das? Also dieses Jahr haben wir 25-Jähriges. Der Film Landrauschen hat 2015 gestartet. Wir haben aber schon alle davor in der Branche sozusagen gearbeitet. Nach dem Abi. Und ihr habt nicht in der dritten Klasse entschieden, wenn wir dann mal irgendwann Abi haben, machen wir mal Filme zusammen? Nee. Nee. Ich wusste bis ich 20 war nicht, dass ich Filme machen werde. Du hast ja auch erst was anderes studiert und erst mit einem anderen Weg eingeschlagen. Wie kam das dann? Wie bist du dann zum Film gekommen? Nee, ich habe schon sowas ähnliches studiert. Ich wusste nur, also ich habe Fotografie studieren. Und Geschichtefotografie. Genau, wollte ich studieren. Habe das in Spanien gemacht und mein Spanien war so schlecht, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich auch Filme studiere gleichzeitig. Also die Hälfte war Fotografie, aber die andere Hälfte war halt Video und Film und am Ende bin ich dann da raus und habe nur noch das gemacht, habe dann Kunst studiert und habe auch nur noch Videokunst und Installation und eben, ja, bin halt mehr so ins Filmische gegangen, ja. Weil ich mir das, also das hat mich schon immer so, ich weiß noch, ich habe noch so kleine Filmchen gemacht mit der VHS-Kamera, aber ich hatte irgendwie nie so ein Vorbild, dass ich mir das jetzt zugetraut hätte, dass ich das auch machen kann eigentlich. Und wann hast du gemerkt, dass du das doch kannst? Also Film, Film, also dass man einen ganzen Spielfilm machen kann, war eigentlich, da habe ich eine Freundin aus dem Studium in Hongkong besucht, eine hongkonesische, wie sagt man so? Schieberin. Ja, Regisseurin. Und dann habe ich die beobachtet, wie die das alles managt und so und dann dachte ich mir, boah. Und dann hat sie mir erklärt, wie sie ihr Drehbuch geschrieben hat und das war dann so mal so die erste Inspiration, dass ich dachte, das kann ich ja vielleicht auch. Deine Situation ist ja ein bisschen ähnlich wie die Situation deiner Hauptfigur, also du bist auch in dein Dorf zurückgekehrt, um diesen Film zu machen. Man könnte jetzt denken, zwei Mädchen in Bubenhausen, ist auch ein schöner Karlauer, aber die Geschichte war anders. Wieso bist du in dein Dorf zurückgegangen? Ja, also ich habe dann eben Kunst in London studiert drei Jahre und war dann, also erstens pleite und zweitens war da schon so die Sehnsucht so, ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll, ich gehe jetzt mal irgendwo hin, wo ich weiß, wie es läuft. Also so von dem Großen ins ganz Kleine in der Hoffnung, dass da die Welt noch in Ordnung ist. Oder ja, also einfach nach drei Jahren irgendwie Metropole oder fünf Jahre waren es dann ja schon. Ja, so ein Rückschritt in die Kindheit eigentlich, was natürlich total schief ging. Also, weil wenn man sowas zukunftsweisendes wie Kunst studiert, dann scheitert man halt erst mal so nach dem Studium eine Weile, also so ging es mir und allen meinen Freunden, also dass man halt sich erst mal so finden muss. Und wenn man das in einem 600-Einwohner-Dorf macht, dann bekommt es halt jeder mit, so im Vergleich, wie wenn ich jetzt in London geblieben wäre. Wie sah das aus, dieses Scheitern? Was hast du gemacht in deinem 600-Einwohner-Dorf? Ja, erst mal nichts. Jeden Scheiß eigentlich. Ich habe dann irgendwann angefangen, ich habe dann einen Film über einen Fasching gedreht tatsächlich. Also ich wurde von der Stadt Weißenhorn, wo das alles spielt, die haben mir dann so, den habe ich irgendwie, die habe ich irgendwie davon überzeugt, dass ich Imagefilme für sie machen kann. Irgendwie, ich habe irgendwie, was ich dann auch gemacht habe, das war quasi schon die Vorbereitung auf Landrauschen, also die Recherche-Phase. Und da hast du auch Landrauschen schon im Hinterkopf gehabt? Nee, nee. Also ich wusste immer, ich möchte in diesem Dorf oder in dem Dorf oder in einer ländlichen Umgebung eine Geschichte schreiben oder erzählen, weil ich finde, dass es dort viele Geschichten zu erzählen gibt, die noch nicht erzählt wurden, beziehungsweise so das Leben auf dem Land, es baut sich ja um so Geschichten drumherum auf. Also es wird ja immer viel geratscht, wie man sagt auf Schwäbisch. Und es werden immer viele Geschichten erzählt, entweder von jetzt oder von früher oder irgendwas gibt es immer zu erzählen. Und nicht nur in diesem, was man ja immer so den Dörfern so zuschreibt oder dem Landleben in diesem, dass da irgendein Sau durchs Dorf getrieben wird oder im Lesen, sondern man zählt halt gerne so. Ja, und deswegen, und es ist ja auch so, wenn man so im 600, 100 Dorf wohnt, das ist ja wie so eine, also man kennt ja ziemlich viele Leute und dann ist ja auch so eine Anteilnahme so an den anderen Leuten, die, die man besser kennt, aber auch die, die man nicht so gut kennt. Also wenn jetzt irgendjemand stirbt, dann nehmen halt 600 Leute Anteil daran zum Beispiel. Und das ist dann irgendwie, ja, schon irgendwie auch intensiv. Du hast damals in Saarbrücken gesagt, das ganze Dorf hätte mitgespielt. Ich habe das so als netten Spruch verstanden, aber es war tatsächlich so. Also das Filmprojekt hat sozusagen bei jedem irgendwo in der Ecke gestanden. Ja, also das Dorf und die Dörfer drumherum, aber es waren sehr viele, weil wir sehr viele Vereine und war ja auch ziemlich dokumentarisch auch und ja. Johannes hat am Anfang gesagt, das Schwierigste bei der Produktion war, die Leute bei Laune zu halten. Das waren ja jetzt deine Leute. Deine Mutter spielt mit, deine Cousinen, Freunde. Gab es da irgendwie überhaupt jemanden, den du noch casten musstest? Ich habe ein paar Leute gecastet, aber schon irgendwie auch so meistens über Leute, die ich auch kannte. Also jetzt die Mutter zum Beispiel, die die Mutter spielt, die Heidi, die kannte ich, weil die im, ich kannte sie noch nicht persönlich, aber ich kannte sie, weil sie im Gesangsverein meiner Mutter immer die Geburtstagseinlagen gemacht hat. Und meine Eltern mir halt nahegelegt haben, dass sie wohl sehr gut schauspielern kann. Und dann habe ich sie halt gecastet. Aber das war auch die Einzige, die ich mir angeschaut habe. Das hat dann gleich gepasst. An welchem Punkt, was du involviert, schon in der ersten Ideenphase und wie viel habt ihr zusammen so diskutiert über den Plot? Also es war ursprünglich so, dass, also klar, abgesehen davon, Lisa hatte die Geschichte im Kopf, dass sie quasi dort im Dorf was schreiben will und dann brauchte ich mal wieder Material für mein Showreel und wollte quasi nur eine kurze Szene drehen, wie ich mit meiner Freundin auf dem Dorf Schluss mache, weil die Dorfbevölkerung nicht auf diese lesbische Beziehung klarkommt. Und das war nur so eine ganz kurze Ding. Und dann habe ich die Nadine Sauter, die die Rosa fabelhaft spielt, angerufen und gefragt, ob sie das kurz machen könnte. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich muss in einer halben Stunde zum Schaffer. Und dann haben wir gesagt, egal, schaffen wir. Und dann hat die Lisa uns gefilmt und danach hat sie gemeint, boah, die Energie zwischen euch, also irgendwie, das war echt gut. Mein Agent hat die Szene völlig zerrissen, die war nie in meinem Showreel. Aber Lisa ist dann nach Chile geflogen und kam dann drei Monate später mit dem Drehbuch und hat gesagt, Kaddi, es ist soweit, wir machen jetzt den Film. Und genau, also die Geschichte ist hauptsächlich in Lisas Feder gewesen und sie hat das alles angeleitet. Natürlich dürfte man sich einbringen, wie wir alle und dürfte auch mal was improvisieren. Oder den Chef, das ist ein Freund von mir, der ist auch Schauspieler, den hatte ich halt gefragt. Oder ich habe Lisa auch angefläht, dass ihr Onkel meinen Filmvater spielt, weil ich den so grandios finde. Und du bist nicht aus dem selben Dorf, aber aus dem Nachbardorf? Also ursprünglich nicht, ursprünglich Leverkusenerin, aber dort quasi eingeschult worden, dann wieder weggezogen. Der Kontakt ist nie abgebrochen und dadurch kannte ich quasi nicht nur Lisa, sondern auch viele aus dem Dorf, wie Nadine. Und genau dadurch habe ich den Bezug dazu. Und das sind ja dann logischerweise fast alles Laien, also Kaddi nicht, aber die anderen sind fast alles Laien. Wie funktioniert das zusammen? Also Laien sind an sich so, wie sie sind, aber im Zusammenspiel wird das ja schwierig. Man muss die ja sozusagen dressieren, dann müssen wir ein bisschen Dompteur spielen. Wie funktioniert das? Also es war eher andersrum, dass ich versucht habe, die ausgebildeten Schauspieler auf ein Level zu bekommen, dass Näher bei den Laien ist, die von sich aus schon viel natürlicher an die Sache herangegangen sind, ohne irgendwelche Systeme im Kopf. Also es war eher andersrum, dass ich geguckt habe, dass die ausgebildeten Schauspieler nicht so deutlich reden oder solche Sachen. Es waren ein paar dabei. Also es ging eher von der Richtung her. Also es gibt Szenen, da sieht man das, dass Laien sind und das ist auch, sonst hättest du sie nicht reingenommen, die Szenen absichtsvoll. Was hat dich gereizt an diesem Laien-Spiel? Ich weiß nicht, ich habe mich auch von den Menschen selber zu den Figuren teilweise inspirieren lassen und suche immer lieber so die Figuren in den Menschen, dass man irgendwas versucht zu interpretieren. Also ich weiß auch nicht, welcher Schauspieler die Rolle meines Onkels so hätte spielen können. Also rein sprachlich schon. Nicht mal ich hätte die Dialoge, ich habe die Dialoge zwar für mich geschrieben, aber ich hätte sie nie so schreiben können, wie er sie dann gesprochen hat. Also das ist dann so eine, ich glaube, das wird einfach unmittelbarer, wenn das jemand ist, der das auch, wenn er wirklich weiß, was er tut. Ich weiß, Schauspieler können sich da auch einarbeiten, etc., Recherche natürlich. Aber ich habe ja auch nicht nur mit Laien gearbeitet, aber ja, allein schon wegen der Sprache einfach auch. Weil mir wichtig war, dass die halt richtig sitzt. Also da war ich auch so ein bisschen penetrant, auch wenn da irgendwie zu viel Baden-Württembergisch oder so reingekommen wurde. Ja, Lisa hatte mich auch ursprünglich als Schauspielcoach eingesetzt und dann war ziemlich schnell klar, so oft war das nicht nötig, weil die echt losgaloppiert sind, die ganzen Leute, ja. Aber sprachlich ist schon ein starker Unterschied. Also Nadine spricht da fast Schwäbisch. Ja, also jeder spricht zum Beispiel, ich habe jetzt auch nicht zu Kathi gesagt, sie soll Schwäbisch sprechen, als sie spricht, damit sie sich nicht darauf konzentrieren muss, jetzt irgendwas zu sprechen, was sie normalerweise nicht spricht. Also spricht schon immer jeder so, wie er spricht. Ja, ich bin in der Gegend nicht wirklich zu Hause. Ich wusste vor wenigen Jahren noch nicht, dass es das überhaupt gibt, Bayerisch-Schwaben oder Schwäbisch-Bayern. Das wissen auch viele Bayern nicht, also so. Und die Sprache ist für mich eher, also Nadines Sprache zum Beispiel, ist für mich eher Schwäbisch. Ja, es ist ja auch Schwäbisch. Also es ist Bayerisch-Schwäbisch, es ist halt eine andere Tonfahrlauer, so vom Ding her. Schon Schwäbisch, glaube ich. War das für dich schwierig zu sagen, dir zu sagen, ich muss jetzt ein bisschen laienhafter werden? Also so die ganze Ausbildung, die ganze Bühnenerfahrung, alles weg? Das ergibt sich total automatisch eigentlich. Also weil das Umfeld ja ein ganz anderes ist und ich habe ja nie irgendwie wirklich mal, also es war selten Szenen, wo ich quasi das Skript davor hatte, den Text, sondern es war super oft, dass Lisa mit uns in die Situation rein ist und dann gesagt hat, pass auf, so und so. Und inzwischen durch immer die Brocken reingeworfen hat. Also den Text, der ist irgendwie verschwunden. Man hatte den schon intus, aber es war eine ganz andere Art zu arbeiten einfach und dadurch war es dann gar nicht schwer. Und gerade, weil ich mich mit Nadine halt auch super verstehe, auch auf dieser professionellen Ebene. Also es hat bei uns einfach total, wie man hoffentlich gesehen hat, geflowt. Der Film läuft ja oder ist einordnenbar in diese German Mumblecore Szene, also Filme, die sich zusammensetzen aus improvisiertem Spiel, aus dokumentarischen Anteilen und aus geschriebenem Film. Wie ist das Verhältnis bei dir? Ist das eins zu eins zu eins? Oder wie viel hattest du ursprünglich geschrieben und wie viel hast du denn davon weggeschmissen? Ich hatte schon das ganze Drehbuch ausgeschrieben. Mit jedem einzelnen Dialog? Nein. Also ich sage mal so, bei den Dialogen, die zum Punkt kommen mussten schon. Also es gibt so Dialoge, die sich gegeneinander, also die spielen sich dem Ball so zu. Die habe ich ausgeschrieben und die habe ich auch so vorgelegt, aber tatsächlich auch immer nur am selben Tag. Also die hatten jetzt nicht eine Woche vorher Zeit, das auswendig zu lernen, weil gerade bei den Laien-Schauspielern ist es sehr schwierig, weil dann wird es wirklich so, also im Dialekt, wenn man den Text auswendig lernt im Dialekt, dann rutscht das ganz schnell so ins Bauerntheater. Also das habe ich nicht gemacht. Also es gab den Text immer nur am selben Tag oder ich habe das vorher geübt, aber dann ohne festen Text und improvisatorisch. Es gibt einfach so Szenen, da wussten wir nicht, was vorher passiert, wie ein Fasching oder so. Da war klar, wir müssen da und da hinkommen, die Stimmung muss da sein, die Charaktere müssen das und das erlebt haben am Ende und dann passiert es halt. Also das war dann schon total improvisiert und wie gesagt, je nach Schauspieler, also wenn ich es mit meinem Onkel gedreht habe, dann habe ich denen gesagt, das ist die Mission, am Ende muss das und das dabei rauskommen und dann habe ich die losgeschickt und das war dann schon wirklich komplett improvisiert. Also von daher, es gab schon relativ viel Drehbuch, aber auch relativ viel Freiheit und ich kann jetzt den Prozentsatz gar nicht. Also ich habe mich das gefragt bei meiner Lieblingsszenen in diesem Film, wo Kathi sagt, natürlich müssen sich die Ausländer anpassen, die Frage ist nur, ob an mich oder an dich. Das war schon gescriptet, ja. Also das ist so ein Satz, der fällt einem schwerlich ein. Ja, nein, um Gottes Willen, es gibt ja auch Schlüssel, in diesen improvisierten Szenen hatte ich ja auch Schlüsselsätze, der Satz muss fallen, aber es ist zum Beispiel die Szene, die war gescriptet. So, ja. Das war aber dann auch schon zu einem späteren, also für Heidi war es teilweise schwierig, weil sie halt vom Theater her kam, also auch Leidenbühnen und so, also sie hatte schon viel Erfahrung darin. Dann aber halt so dieses Runterfahren und weg vom Text und so, aber es war glaube ich schon zu einem späteren Zeitpunkt, dass es dann… Aber dafür kann sie sehr sauertöpfisch gucken am Schluss. Ja. Diese German Mumblecore, sind das so Vorbilder gewesen? Hast du dir viele Filme angeguckt, Tom, Jakob, Lass, Axel Rheinisch oder was hat dich da hingebracht? Äh, ja, also ich habe mir aber zuerst eigentlich die amerikanischen, ich kannte zuerst den amerikanischen Mumblecore, bevor ich das, und dann habe ich nämlich zufällig diese Sendung hier im Internet gesehen und da habe ich mich dann… Die Symposium hier, ja. Ja, das habe ich gesehen, genau, das hat mich dann, daraufhin habe ich mir die auch alle angeschaut und so, aber ich kam eigentlich eher so von Greta Gerwig und Franz Zahmer und Noah Baumbach und so. Und das war aber auch schon dein Ziel, so zu arbeiten oder ist das, ja, manchmal ist die Verhältnismäßigkeit der Mittel, also dass man sagt einfach, ich kriege das besser hin, so. Ne, das war schon mein Ziel. Also ich habe davor ja auch eher dokumentarisch gearbeitet, als ich noch Kunst gemacht habe, es war halt eher so experimentelle Dokumentarfilme oder Tanzdokumentarfilme, aber immer mit dokumentarischem Ansatz und deswegen, ich hatte glaube ich, ich habe ja in der Uni mal einen Kurzfilm gemacht, der halt rein szenisch war, aber sonst nichts. Wie bist du jetzt in Bubenhausen angesehen? Bist du jetzt Ehrenbürgerin? Ja, ich darf noch, ich bin nicht verstoßen worden. Ne, gut, ja, also die Leute, die bis jetzt da waren, fanden es alle super. Also, ja, gibt es bestimmt auch Leute, die nicht, aber die, die ich getroffen habe. Das Ergebnis oder die Arbeit? Das Ergebnis, ich glaube, die waren eher vorher skeptisch, so nach dem Motto, ja, whatever das ist, aber die, die es jetzt gesehen haben, waren beeindruckt. Also auch die Zusammenarbeit hat gut geklappt? Ja, ich bin halt immer zu den Vereinen hin, habe das vorgestellt, was weiß ich, zum Pfarrgemeinderat, habe gesagt, wir wollen da drehen, in der Kirche und an der Frauenleitnamsprozession, das und das ist das Thema, es geht auch um diese beiden Mädels und zum Beispiel die katholische Kirche als Institution kommt jetzt vielleicht auch nicht so gut weg, aber ihr als Basis habt damit nichts zu tun und da waren eigentlich auch alle sofort gleich mit dabei. Ja, du hast dir ja relativ viel vorgenommen, was so an Problemlagen auftaucht, also Homosexualität, Kirchenengständigkeit, dörfliche Atmosphäre, Auslande, sogenannte Flüchtlingskrise, also du hast sozusagen die Gegenwartsproblematiken, die du so finden konntest, alle reingenommen. Ich würde jetzt Homosexualität dann nicht dazu zählen, aber am Ende war es uns gar nicht so wichtig, uns da so draufzusetzen, es ist halt die Geschichte von den beiden Mädchen und es gibt ja auch nicht diesen typischen Konflikt, so nach dem Motto, dass jetzt, keine Ahnung, die Toni denkt, oh Gott, liebe ich jetzt eine Frau, also das ist eigentlich total egal, das ist ja schon in den beiden Charakteren nicht das Problem. Aber es ist ein Problem für die Rosa in ihrer Professionalität, in ihrem Job und auch in ihrem... Ja, wenn es von außen kommt, genau, ja, aber ja. Also ist doch ein Teil der Problemlage, die Homosexualität. Ja, ja. Und auch hinterher bei dem Oktoberfest oder was immer das für ein Fest ist. Bei einem Fest. Bei einem Fest. Ja, nee, ich habe halt, was ich wollte, es war ja 2015, als ich das geschrieben habe und da ging es auch gerade so los, dass dann im Nebendorf die ersten Somalier gewohnt haben. Ja, Chada hat ja auch mitgespielt, ein paar von ihnen. Und wie sich das alles so gewandelt hat auf einmal und wie die Stimmung auch sich langsam gewandelt hat. Und nicht so wie jetzt, da war es noch ganz anders, aber so das Bild einfach, dass du über den Fahrradweg läufst und dann laufen dir halt, kommen dir halt drei Somalier entgegen. Und das gab es halt vorher nicht so. Und das sollte eigentlich nur so eine Bebilderung der Zustände halt sein. Also im Sinne von, da passiert zwar diese Geschichte zwischen den beiden Mädels, aber drumherum dreht sich die Welt weiter. Und die Welt ist auch nicht mehr so einfach, sondern es sind einfach ganz viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Ja. Na, ich kann mir schon vorstellen, dass, also der Film ist fiktional natürlich, die Geschichte ist ausgedacht. Und trotzdem sind natürlich Szenen und Motive, da zum Beispiel die Eierlikör trinkende Hausfrau, das ist so fast ein Cartoon, ja. Also das kann man so und so wenden und wird man überall wiederfinden. Also da werden sich verschiedene Leute angesprochen und auch auf den Schlips getreten fühlen. Ja, bestimmt, aber ich glaube, dass, also ich weiß nicht, wenn ich von solchen Dingen angesprochen, also ich glaube, das ist eine Frage, ob diese bestimmten Leute, ob sie jetzt Eierlikör trinken oder nicht, einen Sinn für Humor haben und über sich selber lachen können. Also das ist, glaube ich, ein universelles Problem, wenn man irgendwie sich in Szenen angesprochen wird, kann ich jetzt über mich selbst lachen oder nicht. Das ist ja eine Eigenschaft, die wir Deutschen nicht so besonders ausgebildet haben, um über uns selbst zu lachen. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass alle immer ganz gut drauf klarkamen und dass auch die, gerade, dass gerade die Hausfrauen eigentlich diese Eierlikör-Szene lieben, so im Feedback. Okay, dass die auch? Nee, also keine Ahnung, aber ich werde es ja oft gefragt, ob sich die Leute vorgeführt fühlen oder solche Sachen, aber ich habe halt, nee, weil es ist einfach, es ist einfach so ein bisschen, klar hält man einen Spiegel vor, aber es ist ja auch witzig. Also gerade wenn, zum Beispiel dieser eine Satz mit dem, wenn die Mutter zur Tochter sagt, du kannst da ja nicht hochlaufen, wenn die Kirchenleute runterlaufen, was ein sehr schwäbisches Konzept ist, da kann man verrückt werden mit solchen Sachen, wenn man sich denkt, oh, ich will jetzt aber runterlaufen, weil ich muss da und da hin, es ist mir scheißegal, ob da die Kirchenleute laufen, aber man nimmt es halt mit Humor, also wir lachen da super drüber, also jetzt so die, wenn es unsere Eltern immer gesagt haben, das ist halt so ein Running-Gag schon, du kannst ja jetzt nicht nahlaufen, also, und man muss halt solche Dinge halt mit Humor nehmen können. Ja, und dann hast du natürlich auch so einen Slapstick-Moment da drin, also die beiden Polizisten, die sind ja nun quasi aus einem anderen Genre, ja, ich weiß nicht, wie die Dorfpolizei in Babenhausen ist, ob es da überhaupt welche gibt und wie die darauf reagiert hat, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, weiß ich auch nicht. Ich habe noch kein Feedback von der Polizei, aber ja, das war schon, ich wollte ja schon in den Short, also ich habe natürlich viel kombiniert, also das war auch meine Intention, aber ich wollte schon so gewisse Eigenschaften des Shortes halt beibehalten, also jetzt im Sinne Heimatfilm oder ja. Und die Darstellung von Autoritäten als Trottel ist nun mal einfach ein spezifischer Shortepunkt. Von der Komödie. Von der Komödie und auch von diesen ganzen Heimatkomödien aus den 60ern oder so mit diesen, wie heißen die, wo die die Schulbank, die Lümmel aus der ersten Reihe oder so. Also, ja, ich dachte, es hat auch so Screwball-Elemente so ein bisschen, ja, mit dem Auto, was losfahren soll und voller Jacken und Brotdosen ist. Gebrochen wird es natürlich durch den Anlass, fuck the system. Das ist wieder aus einem anderen Genre und auch aus einer anderen Zeit, wo diese Charaktere quasi geboren wurden. Die sind ja alt, das sind ja Charaktere, die hat man schon in frühen Komödien in den 50er Jahren. Die kommen sozusagen da rein, aber dieses fuck the system ist real. Das ist so Politik. Ja. Inwiefern? Also, das transportiert auch eine politische Meinung. Ja, klar. Ja. Also, das fuck the system war, das war so ein bisschen halt so, sollte so ein bisschen die Rebellion von Toni halt, die da irgendwie aus, in dem Fall aus Berlin kommt. Und halt, ja, was sprüht man an die Wand und das ist ja irgendwie auch schon so ein gängiger Slogan, fuck the system. Und das hat dann ganz gut zu den Polizisten gepasst. Und ist es tatsächlich so, dass in dieser Engständigkeit des Dorfes so ein relativ banaler Satz, der ja niemanden und alle trifft? Ach, der Satz glaube ich nicht, aber wenn jemand ein Graffiti an die Wand macht, das wäre, glaube ich, schon sehr schlimm, ja. Also, sowas wie Graffiti gibt es, glaube ich, einfach nicht. Also, ich glaube, der Inhalt wäre total egal, die Tatsache, dass jemand irgendwas vollschmiert, wäre schon schlimm, aber das ist, glaube ich, nicht so dorfspezifisch. Also, ich glaube, das regt auch Leute in der Stadt auf. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Einstellung zu Graffiti. Ist aber inspiriert von einer feministischen Graffiti-Crew aus La Paz in Bolivien, die ihre Slogans immer in pinker Schreibschrift an die Wände von La Paz schreiben. Sie in der Internationale. Johannes hat vorhin gesagt, dass es ihm wichtig war, dass du mitproduzierst, weil das sozusagen deine Leute sind. Konntest du so eine professionelle Distanz aufbauen zu deiner Familie, deinen Kindheitsfreunden, deinen Onkels, deinen Nachbarn? Oder war das gar nicht nötig? Im Gegenteil war es sogar hilfreich, dass es so eine enge Beziehung gab. Ich glaube, das ist auf dem Dorf eher hilfreich, weil da sind die Leute, glaube ich, auch einfach selbstorganisierter und eher so ein Macher. Und dann ist es halt so, dass man am Tag vorher anruft und sagt, wir sind morgen um elf an der Brücke, komm schon mit deinen Pferden und der Kutsche und dann kommt der halt. Also, das ist halt so, es ist eigentlich relativ leicht, das Produzieren, weil die Leute halt es gewohnt sind, Dinge halt zu erledigen und schnell zu machen. Und auch gerade in dem Bereich noch nicht so übersättigt sind wie, weiß ich, in Berlin, wenn man dann zum zehnten Mal angerufen wird, ob man irgendwas helfen kann oder so. Ich stelle mir vor, dass es auch Situationen gibt, wo du sagst zu deinem Onkel, mach doch mal das und der sagt, nein, ich bin doch nicht verrückt. Ja, er wollte halt den Take immer nur einmal machen, das war das Problem. Also, er war halt der Meinung auch, dass der erste Take der beste ist und ich muss sagen, er hatte oft auch recht, er hat es nicht eingesehen, dass man da verschiedene Winkel oder irgendwas braucht. Die meisten Ideen, die Badehose war seine Idee, möchte ich merken. Und ja, klar, ich glaube immer, wenn man mit Freunden arbeitet oder mit Leuten, die man sehr gut kennt, dass man ein Fingerspitzengefühl an den Tag legen muss, dass man Konflikte vermeidet, weil die dann noch schlimmer sind. Also, du hast es vorhin schon angedeutet, dass du die Leute nicht hast proben lassen, das heißt, du hast quasi wenig, also gar keine Probe direkt mitlaufen lassen und dann im Schnitt entschieden, welchen Take du nimmst und manchmal sogar nur einen Take gedreht oder gibt es so Szenen, die du vier, fünf, sechs, zwölf Mal gemacht hast? Wir haben auch, wir haben auch Szenen mal, zwölf Mal gemacht, aber es gab auch Szenen, die konnte man auch nur einmal machen. Das brennende Haus, ja. Oder im Fasching, also das war halt so, der Faschingsumzug lief und die Hexen wussten, okay, wir steigen in 100 Metern ein und dann Kameramann und erste Schauspieler rein und dann dreht sich's und dann nächste rein und dann war es dem Kameramann eh so schlecht, dass wir nicht hätten weitermachen können und die Hexen mussten dann ja auch mal den anderen hinterherlaufen und so was. Dann habt ihr dann am Ende eine Drohne genommen, war der Kameramann völlig falsch. Solche Filme hätte es vor 15 Jahren nicht geben können, würde ich jetzt einfach mal behaupten, einfach weil es diese Form von Finanzierung nicht gab und jetzt würde ich gerne nochmal Johannes ins Spiel bringen, Crowdfunding ist irgendwie so in aller Munde, jeder denkt irgendwie, man versteht das, was das ist und kann man mal so machen, wenn man mal genau hinguckt, ist das gar nicht so einfach. Wie motiviert man eine unbekannte Menge dazu, Geld für ein Projekt zu geben, was keinerlei Relevanz hat? Für uns war ja von vornherein klar, wir machen einen Film für die Region in erster Linie, insofern war das Publikum, das Kernpublikum relativ schnell klar. Aber die Kernfrage, wenn man Crowdfunding macht, ist natürlich, wie kommuniziere ich, was an welches Publikum? Und wir wollten natürlich auch einen Film machen, der nicht nur die Region anspricht, sondern darüber hinausgehend auch deutschlandweit oder generell in der Filmindustrie im Kino laufen kann, einfach auch anerkannt ist, was wir jetzt, worüber wir uns hier super freuen, auch geschafft haben. Und gleichzeitig wollten wir dort unten erstmal das Gefühl geben, dass das ein Film ist, der Spaß macht, der das Leben dort zeigt, der die Leute widerspiegelt und dass wir eine Gruppe sind von Leuten, die aus ihrer Mitte eigentlich kommen. Das war eigentlich unsere Kernbotschaft und dass sie alle mit dabei sind. Also unser Slogan war, dein Heimatfilm. Und dieses Gefühl haben wir transportiert vor allem an unsere Kernregion. Und darüber hinaus haben wir dann natürlich noch andere Leute gefunden, aber das war wichtig, diesen Kern zu haben. Wie transportiert man so ein Gefühl? Man kann sich ja nicht auf den Marktplatz stellen und sagen, Leute, ich mache euch jetzt einen neuen Heimatfilm. Ja, doch, das haben wir gemacht. Es gibt lokal diverse Kulturveranstaltungen, wo wir vor Ort waren und Konzerte organisiert haben. Kathi ist aufgetreten mit einem Kabarett. Und wir haben diese Marke Landrauschen dort wirklich geprägt. Wir haben eine Marke kreiert. Entschuldigung. Ich denke, der Vorteil war halt, dass wir jetzt nicht in der Region völlig unbekannt sind, weil wir halt in unserem Job schon länger arbeiten. Und gerade Lisa hat da halt ein gewisses Vertrauen. Ich habe den Imagefilm gemacht. Sie hat den Imagefilm gemacht mit super Fasching-Szenen. Die Leute lieben den. Nee, also die Lisa hat auch durch ihre anderen Projekte ein gewisses Vertrauen. Mich kannten die Leute teilweise halt von der Bühne und so weiter. Und deswegen wussten die schon, dass das jetzt nicht irgendwie so ein völliges Hirngespenst ist. Also dadurch hatten wir schon so ein bisschen Vertrauen und eine Basis. Ja, was verspricht sich jemand davon, der als Crowd, als Teil einer Crowd Geld gibt? Dass er es wiederkriegt? Das ist ja nicht das Crowdfunding, wie wir es gemacht haben. Wir haben ja die Tickets quasi im Vornherein quasi Tickets, Early Bird Tickets oder irgendwie Taschen oder DVDs, die es jetzt wahrscheinlich erst in zwei Jahren oder so gibt. Aber egal, die Leute haben das quasi schon im Vornherein oder was auch super ankam, waren zum Beispiel Statistenrollen. Der eine Jogger, der hat sich eine Statistenrolle gekauft und war dann so Teil des Teams oder Executive Producer, war das erste Ausverkaufte, glaube ich. Ich glaube 500 Stutz investiert, zack, auf dem Abspann. Also so kann man bei uns gleich groß rauskommen. Also was wir wirklich geschafft haben, dadurch ist, dass wir die Leute nicht nur zum Geldgeben motiviert haben, sondern die waren dann wirklich Teil auch der Crew. Die kamen dann das erste Mal als Statisten, aber waren dann bei jeder Party dabei, waren dann als Statisten wieder dabei, haben dann vielleicht auch mal was zu essen vorbeigebracht. Ich finde ja, was dieser Film neben allen kleinen Dingen, die er auch leistet, vor allen Dingen leistet, ist, diese merkwürdige hybride Form des Heimatfilms auf den Punkt zu bringen. Und ihr sagt auf eurer Homepage, Miller und Müller Film, ihr seid angetreten, um den Heimatfilm zu erneuern. Und das finde ich ein tolles Projekt. Wie kommt man auf die Idee, ausgerechnet so ein Genre wie den Heimatfilm neu aufleben lassen zu wollen? Das ist ja gerade echt up to date. Ich glaube, ich will jetzt nicht mein ganzes Leben lang Heimatfilme machen, aber mich hat halt das Genre an sich interessiert, weil... Ich weiß nicht, ich habe halt immer diese Filme auch früher geguckt, bei meinen Großeltern irgendwie im Bayerischen Rundfunk. Und dann kam dieser Rosenmüller Film, wo man gesehen hat, okay, man kann das auch irgendwie anders machen. Das hat mich schon immer so interessiert, das Genre. Das passt natürlich. Ich glaube, ein Film, der auf dem Land gedreht wird, geht automatisch immer schon in die Schiene. Und dann hat mich halt auch so filmgeschichtlich das Ganze interessiert. Also wie der entstanden ist, wie in den 50er Jahren halt Deutschland in Schutt und Asche lag, aber die Leute haben sich halt die ganze Zeit diese kitschigen Bergfilme angeguckt, mit Frauen in Dirndln und halt so grüne Landschaften und sich irgendeine Idylle hingegeben, vor dem Fernseher zumindest, die es gerade gar nicht wirklich gab. Und dass der halt eben auch so auf diese Gefühle anspielt oder dass der Film versucht, so Gefühle zu triggern, was jetzt ja auch politisch versucht wird. Also dieses Heimatgefühl, was anscheinend ist ja gerade eine absolute Hysterie, als ob wir alle kurz davor wären, unsere Heimat zu verlieren. Keine Ahnung. Kurz davor sind, vertrieben zu werden. Ich weiß es nicht. Und dieses Gefühl mit diesen ganzen Identitätskonflikten oder dieser Suche, fand ich halt am besten dargestellt durch diese Genre. Also rein filmtheoretisch immer. Es gibt ja also die, auch weil es so eine populäre Genre war, also so eine niedere Genre, so eine Filmtheoretikerin, die mich sehr interessiert, Linda Williams, schreibt so über die niederen Genre wie Horror, Porno oder Melodrama. Und ich zähle da halt so einen Heimatfilm dazu, weil da irgendwie auch so ein körperliches Gefühl, dieses, man kann sich zurücklehnen und alles ist wieder in Ordnung. Ja, so ein körperlich erfahrbares Genre. Dabei ist dein Film, du wirst immer mit Markus Rosenmüller verglichen, mit beiden anscheinend. Ich habe die Differenzierung nicht so genau gesehen, das Haar fehlt manchmal, manchmal ist es da. Aber das sind ganz andere Filme, das sind ja ironische Reflexionen zum Thema Heimatfilm. Bei dir hat irgendwie ein Kritiker geschrieben, zwischen postenhaften Unsinn und leiser Ironie. Beides finde ich nicht. Possenhaften Unsinn. Und leise Ironie. Beides nicht dein Thema in diesem Film, oder? Nee, also ich weiß jetzt nicht genau, was postenhaft heißt. Wie gesagt, ich zitiere das nur, ich habe das in der Kritik gefunden. Nee, ich habe halt schon probiert, die Idylle immer aufzubauen und dann gleichzeitig wieder kaputt zu machen. Also auch nur in Details. Also es ist halt, was ich halt oft finde bei bayerischen Filmen gerade, dass sie sich so einer, die sind dann so heimatduselig. Irgendwie hängen die dann doch in sowas romantischem Fest, wenn hingegen, was weiß ich, bei den Österreichern ist es ja ein bisschen fatalistischer. Und mich interessiert dann, glaube ich, schon eher so das Fatalistische oder so ein Achternbusch, sowas. Ja, da ist es dann doch mehr. Du nennst deinen Film Satire-Drama, fand ich eine gute Mischung, habe ich, glaube ich, auch so noch nicht gelesen. Passt aber, passt besser als leise Ironie oder postenhafter Unsinn. Okay, ich öffne das jetzt mal, dann können Sie noch Fragen stellen und vor allen Dingen kann Urs fragen, was der deutsche Film damit zu tun hat. Das mache ich doch immer erst am Ende, aber da geben Sie mir einfach ein Zeichen, dann komme ich zu Ihnen mit dem Mikro. Weil wir das aufzeichnen. Auch wenn das jetzt natürlich der Killer ist für jede erste Frage. Aber es interessiert ja auch immer noch, wie es angekommen ist. Sie sind ja auch eines der ersten Publikumskümmer. Publikummer. Publizit. Leider. Bauen Sie sich. Ja. Eine Frage nach diesem Gebäude, nach diesem alten, was da irgendwie ziemlich verratzt war. Gibt es das wirklich oder ist das so hergestellt worden? Das gibt es wirklich. Das gab es schon meine ganze Kindheit über und ich bin dann wirklich erst zum Location-Scout, zu der Dame, der es gehört, hin. Habe mir einen Schlüssel gegeben, da muss man auch unterschreiben, dass man halt, wenn man stirbt, beim Betreten des Hauses selber schuld ist. Und dann bin ich da rein. Also wir mussten es alle unterschreiben bei jedem Dreh da drin. Und dann bin ich rein und das war wirklich krass. Das war wie, wenn ich in eine Zeitmaschine getreten wäre. Das war wirklich alles wie nach der letzten Party. Also die letzte Party war, glaube ich, 2002 oder so, also gut 15 Jahre vorher und in dem großen Zeit, glaube ich, noch früher. Das Bühnenbild steht dann auch seit den 70ern und das war wirklich wie, wenn ich in so eine Zeitkapsel eingetreten wäre. Es war, ja, also perfekt. Deswegen hast du es auch abgebrannt. Originale Requisiten praktisch, oder? Nochmal? Originale Requisiten. Originale Requisiten, also die ganzen Flaschen, alles. Wir mussten da gar nichts machen, das war alles so da. Okay, danke. Hat sich was an dem Gefüge der Dorfgemeinschaft geändert durch die Dreharbeiten? Weil du hast ja quasi, oder ihr habt eingegriffen in die bestehende Gemeinschaft sozusagen. Ihr wart zwar nicht von außen dazukommend, aber trotzdem durch die herausgestellten Positionen verschiedener Leute, könnte ich mir vorstellen, dass sich da vielleicht irgendwas geändert hat. Also während den Dreharbeiten war das wirklich so ein Inside-Job. Also zum Beispiel bei der Front-Leichnams-Prozession haben wir auch wirklich darauf geachtet, im kleinen dokumentarischen Team zu arbeiten. Meine Mutter hat es dann vorher in der Kirche angesagt, dass eben das Filmteam jetzt da ist und dass die Leute bitte nicht in die Kamera gucken sollen. Und der Pfarrer hat dann gesagt, sie sollen zu Gott gucken, nach oben. Und das ist halt so mitgelaufen. Also die Leute sind da sehr unaufgeregt eigentlich. Also es ist, ja, ich glaube im Vorfeld hatten ein paar bisschen Angst, dass wir lauter so altes Zeug zeigen, aber da haben sich ein paar Meinungen auch schon geändert, nachdem wir es gesehen haben. Und ansonsten war das ja wirklich so, bei dem Waldfestaufbau zum Beispiel, ich war selber jahrelang in dem Musikverein und unser Kameramann war dann dort auch ganz alleine. Also wir waren da nicht mit dem ganzen Filmteam meistens und war dann halt dabei und kam dann auch mal sehr spät zurück. Einige Bier später. Ja, also es ist relativ unaufgeregt. Also ich glaube, viele sind eher so stolz, dass es jetzt dort passiert und dass Bubenhausen so viel in der Zeitung ist. Der Auftakt eurer Kinotour war ja auch Neu-Ulm jetzt. Magst du mal, oder möchtet ihr mal erzählen, wie das war? Waren da viele von denen? Und wie sehen die sich dann? Also wie ist dann das bestimmt nochmal anders, als wenn jetzt Außenstehende den Film gucken? Ja, also wie gesagt, es kamen viele Leute zu mir her, wo ich mir auch sicher bin, dass die weitaus konservativere Positionen haben als ich, die halt total berührt waren und auch selbst Leute, die jetzt vielleicht eine nicht so liberale Einstellung hatten zu Homosexualität oder so, dann dann doch gesagt haben, so, ja, oder halt einfach so, dass so Denkanstoße angekommen sind. Aber es war niemand dabei, der gesagt hat, was für eine Scheiße oder wie führst du uns hier vor oder was weiß ich, sondern ja, es war wirklich für mich auch berührend, wenn irgendwie so ganz alte Leute zu dir herkommen und es irgendwie, also da gab es mal die ein oder andere Reaktion, aber so mitgefühlt haben und obwohl es für mich eigentlich auch so ein bisschen meine Dorfjugend aufarbeitet, so trotzdem das Feeling irgendwie gemacht haben. Eine Frage, es wird geraucht, getrunken und gefeiert. Gab es da irgendwelche Kritik von außen? Wir hatten neulich eine Rentnervorstellung, da wurde gefragt, ob wir von der Tabakindustrie gesponsert werden. Ja, und ja, eine Frau hat schon gesagt, dass sie das Gefühl hat, man könnte es auf dem Land ja nur aushalten, wenn man trinkt. Und ich habe, ja, ja, das kam schon, aber ich glaube, das ist ja auch, also der Film ist eine Satire, also es ist allgemein überspitzt, aber grundsätzlich, es wird einfach viel getrunken. Also es ist ja auch vielleicht auch schon auch eine Kritik. Ich meine, es gibt auch teilweise nichts anderes. Also die Jugendlichen organisieren sich selber in ihren Buden und Hütten und da wird halt getrunken. Also ich glaube, in Frankfurt, in Mainz wird auch viel getrunken. Aber habe ich so mitbekommen. Komm aus Mainz. Aber ja, also es wäre jetzt so eine Doppelmoral, das irgendwie zu sagen, dass eben, nee, also es wird einfach, das Bier ist ja bayerisches Kulturgut. Also man kann ja laut bayerischem Innenminister nach zwei Maas auch nur gut Auto fahren und so. Also es ist schon, ähm... Zwei Maas. Also dem wird nicht nur geraucht, es wird auch manchmal gekifft. Also meine Mutter war total schockiert. Vom Kiffen? Von allem. Sie wurde darauf angesprochen, ob ihre Tochter denn immer so raucht und trinkt. Und dann hat sie gesagt, das hat die für die Rolle gemacht. Bei der Nathalie sieht es tatsächlich so ein bisschen so aus am Ende, wenn sie... Bei Nadine. Nadine, ja, wenn sie raucht, dann pafft sie ja so ein bisschen, ja. Als hätte sie für die Rolle geraucht. Nee, immer nur für die Rolle. Ja, ich meine, Rausch ist ein essentielles Thema des Films von daher, ja. Aber zwischen Rausch und Rauschen ist aber noch ein Unterschied, oder? Ja, aber... Es steckt drin. Und Rauschen hat viele Bedeutungen. Also es war so eine Anspielung ein bisschen auf so Heimatfilmtitel von früher. Da wird Rauschen oft verwendet. Keine Ahnung, Blasmusikstücke, die rauschenden Birken. Also Rauschen ist schon so ein Wort. Du hast ja auch dieses Blätterrauschen, Flussrauschen, das ist ja schon so ein ländliches Feeling. Und dann war es aber auch so das Arbeitsrauschen zum Beispiel. Das ist einfach nie ruhig auf dem Land. Also es ist immer irgendwas an, irgendeiner mäht immer oder irgendeiner sägt immer. Das war unser größtes Problem auch beim Drehen, dass irgendjemand immer irgendwas gesägt hat oder... Rasenmäher. ...gemäht hat oder, ja. Für die Continuity. Für den Sound einfach. Dass man überhaupt was versteht. Wir haben dann aber in der Postproduktion mit Absicht wieder so Arbeitsgeräusche eingefügt, dass das Feeling kommt. Oder Melkmaschinen waren auch ein großes Soundproblem teilweise. Und danach musste man auch den Dreh planen. Also man konnte jetzt nicht irgendwie um 5 Uhr oder so drehen. Da ist die Melkmaschine an. Das geht nicht. Die Untertitel, sind die nur regional eingeblendet? Die deutschen Untertitel? Ja, ja. Die haben wir bis jetzt immer eingeblendet, weil man weiß ja nie, wer Publikum sind. Aber nur bei den harten Stellen oder wenn es halt wichtig ist für die. Also unser Prinzip war auch nicht alles zu untertiteln, damit man zum Beispiel meinen Onkel genauso wenig versteht, wie jetzt die Somalier, wenn sie nicht untertitelt sind. Das ist auch noch interessant, wenn ihr... Ich meine, ihr habt jetzt Crowdfunding gemacht, das heißt komplett unabhängig alles produziert. Aber wenn ihr jetzt gesagt hättet, ihr versucht den Bayerischen Rundfunk oder so mit ins Spiel zu bringen, wäre das wahrscheinlich schon ein Drama geworden. Weil da geht es ja dann um Verständlichkeit und viele andere Punkte. Habt ihr es versucht oder überhaupt mal daran gedacht? Erzählt mal ein bisschen, warum ihr das System ausgeklammert habt. Wir haben es schon kurz versucht, haben aber relativ schnell gemerkt, dass es wahrscheinlich eh nichts wird. Und das andere war dann, dass ich mir nicht vorstellen konnte, da jetzt irgendwie eine zweijährige Finanzierungsphase durchzugehen. Ich wollte halt den Film jetzt machen und hatte halt... Ja, also ich hatte gerade in dem Moment irgendwie gerade die finanzielle Möglichkeit für ein Jahr, diesen Film zu machen. Und dann habe ich relativ naiv und Blauäu gesagt, wir fangen jetzt sofort an. Jetzt ist Fasching, wir müssen jetzt anfangen, weil der ist nur einmal im Jahr und ja, wir können den ja schlecht inszenieren. Und im Endeffekt hat uns das auch sehr viel Freiheit gegeben. Also so viel es uns eingeschränkt hat finanziell, hat es uns sonst sehr viel Freiheit gegeben. Aber ich würde nie wieder... Das hat man jetzt einmal gemacht, ich würde es jetzt nicht nochmal machen, weil es schon einfach hart ist. Aber dass der Bayerische Rundfunk den ausstrahlt, die Chance gibt es doch immer noch. Ich glaube, das weiß der Jo mehr dazu. Naja, die Chance gibt es auf jeden Fall, aber da sind die Untertitel durchaus ein Problem, da ist das Verständnis ein Problem. Also mit der Redakteurin, wo ich gesprochen habe, da ist wirklich die Frage, sie findet den toll, aber sie weiß nicht, ob er durch alle Instanzen durchgeht, wegen der Sprache eben. Tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ob am Ende das ganze Rauchen und Trinken ein Problem ist. Nein. Das weiß ich nicht, ich hoffe nicht. Das glaube ich nicht. Also, ich weiß nicht, aber... Wer weiß, wie das unter Söder... Ja, genau. War das nicht sogar so, dass euer Trailer auf YouTube oder Facebook nicht gezeigt werden darf? Bei YouTube war kurz, die wollten ihn zensieren. Wir wussten nicht, liegt es jetzt an dem nackten Männeroberkörper am Anfang im Trailer oder einem hochgezogenen Höschen und dann war irgendwie die Theorie, das ist wahrscheinlich die brennende Hexe auf dem Scheiterhaufen. Aber wir sind bei YouTube online. Man muss dazu sagen, es ging um die Werbeschaltung, nicht um die... Nicht da, um den anderen generell zu zeigen. Viel nur auf. Zweitere Fragen oder Anmerkungen, wie es Ihnen gefallen hat. Ansonsten auf jeden Fall noch die Frage, jetzt heißt diese Reihe, Uli hat es schon angekündigt, was tut sich im deutschen Film? Und wir haben schon gehört, ihr beschäftigt euch auch viel mit deutscher Filmgeschichte, mit was so passiert. Rosenmüller übrigens, das war, wer früher stirbt, ist länger tot. Für alle, die mit dem Namen nicht direkt was anfangen konnten. Gibt es denn aus eurer Sicht eine Bewegung oder so, die so ähnlich denken und arbeiten wie ihr, wo ihr sagt, da fühlt ihr euch jetzt gerade vielleicht irgendwie zugehörig oder das guckt ihr gerne aus Deutschland? Oder ist das jetzt wirklich so ein Solitär, wie er in Saarbrücken auch wahrgenommen wurde und weswegen ihr ja auch diesen Preisregen da vermutlich bekommen habt? Also auf einer filmischen Ebene, also klar, also ich meine, was weiß ich, sowas wie Love Stakes oder so, hat mich super beeinflusst, aber es ist ja nicht unbedingt, geht es nicht unbedingt in die Schiene, denn es sind ja auch eher so urbane Filme, die er macht. Was, wo ich glaube, dass da ein bisschen was passiert, aber es ist nicht so filmspezif, es ist schon so, was in Bayern halt gerade passiert, also gerade mit Mundart, Musik auch, wir hatten ja auch im Soundtrack zum Beispiel dicht und ergreifend, also wo dann eben einfach Positionen, ich sage mal, liberale und linke Positionen, also zumindest in unserem Fall, die Sprache sprechen, die eigentlich immer nur die, in dem Fall politische Mehrheit in Bayern spricht, also dass quasi so traditionelle Elemente halt einfach irgendwie transportiert werden ins Jetzt und in was Modernes oder eher was Postmodernes eigentlich, das auf jeden Fall. Aber so filmisch, wie gesagt, da habe ich mich immer eher so von Österreich inspirieren lassen. Kathi, vielleicht hier die ergänzende Frage, Kabarettisten haben immer schon Filme gerne gemacht in Deutschland, also gerade auch im bayerischen Umfeld, wenn man an Gerd Bolt und dergleichen denkt. Guckst du das, interessiert dich das, siehst du dich mehr beim Kabarett, beim Film oder geht beides nebeneinander her jetzt ab sofort? Es geht beides und du hast ja gerade schon ein tolles Beispiel genannt, dass es funktionieren kann und es war auch so ein bisschen Lisas Ansatz, was sie bei mir immer wollte, dass ich da auch die satirische Seite mit reinbringe und gewisse Szenen dann auch sehr, da so ein bisschen überspitzt machen darf und so. Und ich finde die Art und Weise, wie Lisa Geschichten erzählt, filmisch, passt perfekt zu dem, was ich quasi machen möchte als Künstlerin und dadurch ergänzt sich das perfekt und ich möchte weiterhin beides machen, definitiv. Mein Programm heißt, kannst du ein bisschen Werbung noch machen? Mein Programm heißt Katastrophe. Genau. Und du bist deutschlandweit zu sehen, nehme ich an. Richtig. Und der Film, der ist ab Donnerstag, wenn er Ihnen gefallen hat, im Malsehen-Kino hier in Frankfurt, dann immer um 22 Uhr programmiert, sagen sie, es war das die beste Uhrzeit im Sommer, habe ich gehört. Ist auch ganz wichtig, gleich am ersten Wochenende reinzugehen, davon hängt ab, wie lange er da noch weiterhin läuft. Ich möchte direkt noch Werbung machen für unsere nächsten Veranstaltungen in dieser Reihe. 5. September, also wir haben jetzt im August keinen, dafür 2. September. 5. September kommt der Eröffnungsfilm vom Filmfest München. Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film, wo Lars Eidinger den Bertolt Brecht spielt, da kommt der Regisseur Joachim Lang. Und 14. September wird Marie Bäumer kommen und drei Tage in Quiberon, den großen deutschen Filmpreis ab, Räumer, anlässlich des 80. Geburtstags von Romy Schneider präsentieren. Also es gibt viele tolle Sachen, die uns erwarten und wir sagen ganz herzlichen Applaus. Lisa Mähler, Kathi Wolf, Hannes Müller für den tollen Film. Danke, dass ihr hier wart. Und Ulrich Sonnenschein natürlich. Also es gibt einen Tag im Ausdrucken. So dass ich haben wieder Sex mit dem Filmüller und ich bin, was gerade für den Filmüller Ich bin vor dem Filmüller